Hier sind eure lange Bratwurst und euer süßes Baklava, Fabian Bielendorfer und Özcan Koza. Meine Lieben! Hier wird alles eingeschlagen, Özcan Koza. Thank you. Thank you. Wir lieben. Danke. Ja. Danke. Ja, gut. Jetzt. Okay. Völlig angebracht. Wow. Erstmal, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Bratwurst und Baklava. Das ist Özcan Koza, eine Dosis Streuhaar mit Nase dran. Dankeschön. Und diese junge Herr an meiner Seite, das ist Bastian Bielendorfer, der Typ, der nachts durch ihr Schlafzimmerfenster guckt. So wollte ich immer schon mal anmoderiert werden. Vielen Dank. Oh, sorry. Es haben sich viele Leute ja schon oft gefragt, ob wir uns einfach ständig beleidigen und ob wir uns trotzdem mögen. Nein. Wir hassen uns, wirklich. Wir können uns überhaupt nicht leiden. Wir sind die Monatalking der Comedy. Aber was sollen wir machen? Wir kommen nicht drum hoch. Aber wir sind echte Männer, die aufeinander losgehen. Wenn Männer das machen, dann machen die das mit ihren bloßen Händen Mann gegen Allmann. Deshalb habe ich Basti mal das Kämpfen beigebracht, nämlich das türkische Ölringen. Basti, weißt du, was die älteste Kampfsportart in der Türkei ist? Zwergenwerfen? Fick dich. Ölringen. Ölringen? Ja. Und weil du früher immer auf die Fresse bekommen hast, bringen wir dir das bei. Cool. Yes. Yes. Ja, get ready. Oh, oh! Joo, mein Gott. What's that, Gäste! Hey! Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo, hallo. Oh, hallo! Ho, hallo! Ich finde unseren Trainer sehr beeindruckend. Also, ich glaube, der ist nicht nur Mini-Golf-Champion. Es ist der Einsatz, der Meisterin, das ist der Isay an der Companies. Es ist der Когда. Ah, Meisterin. Kennst du das? Du hast ein Bild von dem Trainer und dann kommt jemand und zerreißt das und dann kommt so ein türkischer Hulk. So sieht er aus. Er sieht wirklich ziemlich kräftig aus. Er sieht aus wie jemand in seiner Freizeit Schweine erwürgt als Hobby. Ich habe gerade gesagt, was du über ihn gesagt hast. Ja, das ist schön. Ruhig, ruhig, ruhig. Das ist ja gut. Ist doch... Nein, auf geht's! Scheiße! Ah! Ja, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Ich wusste, warum er sich so klar reist mit der Prinzessin. War schon ziemlich erstaunlich. Wie ich 103 Kilo und das hat ihn jetzt nicht so zum Schwitzen gebracht. Deinen Gegner darfst du nur besiegen, indem du an seine Hose ziehst. Also nicht am Körper irgendwie packen. Deswegen gibt's Öl, damit du immer abrutschst. Ach so. Es ist nur die Hose. Und die Hose. Es ist nur die Hose. Es ist nur die Hose. Wenn dein Rücken den Boden berührt... Habe ich verloren. Ach so. Es ist die Veranstaltung vorbei und der Kampf ist vorbei. Basti vs. Özcan. Das Duell. Das Duell. Das Duell. Das Daher ist nur die Spots. Das Duell wird das Duell schraubt. Das Duell ist nicht nur die Spots. Das Duell ist sie natürlich. Oh, ich mach dir gleich ein Happy End. Oh, schön hat Baklava aufgegessen. Oh ja, mach mal schön herein. Das ist wirklich sehr angenehm. Wir haben sich freut, dass er seinen Kümmel mal wieder anruft. Wir sollen uns anfassen und uns so einöhen. Basti, Kampfname der tödliche Lauf. Kampfgewicht 6000 Meg Rösti. Special Move blendet Gegner mit Speichel. Versus Özcan, Kampfname das osmanische Wiesel. Kampfgewicht 3 Döner-Teller mit Alles. Special Move Nase ist Klappmesser. Özcan ist natürlich gefährlich, weil er ein Frettchen ist. Aber ich glaube, ich habe relativ gute Chancen. Ich kann ihn ja leider nicht an den Haaren packen. Wenn wir sprechen, muss ich seinem kleinen Luch zugreifen. Basti ist unberechenbar, weil er hat seinen Körper nicht unter Kontrolle. Wenn der ausrutscht und du bist dort, dann kann es schon sein, dass er gewinnt. Jaaaa! Komm her, du kleiner, schmieriger... Ach, wie schmieriger... Ach, wie sch%n quer... Ach, wie sch%nig! Ach, dann, ach, mich! Der wirkliche, ach, mich. Ach, ach, ach... Ach, ach, ach! Muss denn die K Jasper? Ach, ach, ach! Ach, ach! Oh Gott! 1-1. Kann man nicht lieber was anderes machen. Okay, Scheresteinpapier, wie wär das? Das ist gut. Schnuck. Schnuck. Ja! 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 Ich glaube wir werden keine professionellen Uhringer mehr, aber dafür sahen die Lederhosen sexy aus, oder? Das war sehr gut.